Rechenspaas verfügt über ein absolut gefülltes und perfekt ausgestattetes Ersatzteilsortimentslager. Wenn man es hier sieht, die Steuereinheiten und Kladinen von Balboa, verschiedene Dösen für ihren Wirrpool, kleine Verschraubungen, kleine Stutzen, Filterelemente, Kopfpolster, Messtechnik, alles was man als Zubehör für so einen Wirrpool braucht, ist immer lagermäßig vorhanden, verfügbar und absolut schnell zu bekommen und dadurch auch sehr sehr schnell bei Ihnen zu Hause, sollte es unerwarteterweise doch irgendwo mal klemmen. Wir selber als Himmotto und Tremper Wellness verfügen über eigene Servicemitarbeiter, die geschult sind und auch über eigene Servicefahrzeuge. Wir haben die Möglichkeit schnell zu reagieren, falls mal irgendwo etwas klemmen sollte. Wir sind bei Ihnen, wir helfen Ihnen, wir unterstützen Sie, wir sorgen dafür, dass Sie Ihren Wirrpool 365 Tage im Jahr nutzen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017